Fünf Dinge über soziale Ängste, über die niemand spricht, eines, bei dem Sie sich krank fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes hatten Sie schon einmal das Gefühl, ohnmächtig zu werden, bevor Sie öffentlich sprechen oder an einer großen gesellschaftlichen Veranstaltung teilnehmen. Soziale Ängste gehen mit einer langen, belastenden Liste körperlicher Probleme einher. Es ist mehr als nur das Klischee schwitzige Hände und Herzrasen, je nach Schweregrad Ihrer. Angstzustände, die Sie erleben können, Verdauungsprobleme, Atemnot, Muskelverspannungen, Müdigkeit, Hautausschlag und kalte Hände und Füße. Als ich jünger war, fiel es mir schwer, vor anderen zu essen. Mein Magen drehte sich um und meine Kehle schnürte sich zu. Ich weigerte mich, Essen zu mir zu nehmen. Es war jedoch schwierig, dies anderen zu erklären. Also tat ich so, als hätte ich keinen Hunger. Glaube nicht, dass du Glück verdienst selbst hast, geht oft Hand in Hand mit sozialer Angst, von der du glaubst, du bist nicht gut genug, um mit anderen zu reden. Also tust du es nicht oder gibst dir selbst die Schuld wegen Kleinigkeiten und machst sie größer, als sie wirklich sind. Es braucht viel, um deine inneren Dämonen zu beruhigen. Aber wisse, dass sie falsch liegen, du bist nur so stark wie deine Mentalität. Tipps zum Umgang mit sozialer Angst finden Sie später in unserem Video. Hier sind drei, die Sie kennen. Einsamkeit. Soziale Angst macht es Ihnen schwierig, mit anderen in Kontakt zu treten. Wenn Sie Probleme haben, sich zu öffnen und verletzlich zu sein, kann dies dazu führen, dass Sie sich gefangen und hoffnungslos fühlen. Ich erinnere mich, dass ich mit zwölf ein ganzes Schuljahr ohne Freunde verbracht habe, nur weil es war einfacher, die Mauern, die ich aufgebaut hatte, wieder abzubauen. Ich hatte schreckliche Angst davor, jemandem zu zeigen, wie sehr ich mir wünsche, bemerkt und verstanden zu werden. Denn nur weil jemand introvertiert ist, bedeutet das nicht, dass er soziale Ängste hat. Und nur weil jemand extrovertiert ist, bedeutet das nicht, dass er frei von sozialen Ängsten ist. Lassen Sie uns eines klarstellen. Nicht alle Introvertierten sind schüchtern und nicht alle. Von Ihnen kämpfen mit sozialer Angst, wobei Extrovertierte nicht immer selbstbewusst sind und heimlich mit sozialer Angst zu kämpfen haben, ist es nie gut, jemanden aufgrund seiner Persönlichkeit zu beurteilen, jeder kämpft einen Kampf und man weiß nie, ob soziale Angst eine davon ist oder nicht. Also sei nett zu den Menschen und gehe nie von fünf aus. Wenn sie unbehandelt bleiben, soziale Angst kann zu Substanzmissbrauch führen. Missbrauch, Depression und sogar Selbstmord. Soziale Angst kann eine ernste psychische Störung sein. Je nach Schweregrad kann sie dazu führen, dass Menschen zu Drogen greifen, um damit fertig zu werden. Zum Beispiel können Menschen zu Alkoholikern werden, wenn sie Alkohol konsumieren, um soziale Ereignisse zu überstehen. Sie können sogar Selbstmordgedanken haben, wenn sie keine Hilfe suchen. Soziale Angst ist mehr als nur die Angst vor. Im Umgang mit anderen kann es gefährlich und im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein. Sprechen Sie bitte mit einem Arzt oder Fachmann, um eine Behandlung zu suchen. Bleiben Sie unter sozialer Angst, bitte teilen Sie uns unten Ihre Gedanken mit. Wir möchten, dass Sie wissen, dass Sie nicht allein sind. Wir möchten eine Plattform sein, auf der Sie sich wohlfühlen, wenn Sie sie selbst sind. Abonnieren Sie unbedingt unseren